Theater ist grundsätzlich überbewertet? Kultur sowieso? Nein, natürlich nicht. Was machen wir? Wir sind ein Spiegel der Gesellschaft. Wir erzählen Geschichten. Geschichten, die alt sind, die neu sind und doch alt, denn so viele Geschichten gibt es nicht. Wir sind Menschen, wir werden Geschichten weitererzählen. Immer. Wie das aussieht, keine Ahnung, aber Geschichten werden immer erzählt. Theater stirbt nicht und der Film stirbt nicht. Wir werden nicht sterben.